Oh, wie geil. Ich bin die ganze Zeit einfach Besatzung. Ich lieb's. Mein Gott, wer nerven die mit ihrem Scheiß, Alter. Ich bin so stark grad... Oh, fuck, man. Mit den Aufgaben. Selina, erklär mal. Ich hab die Kayla gemeldet, sie lag in Schilde. Ich hab voll viele Aufgaben geschafft. Ich bin jetzt unter Angadien-Admin. Also, ich war am Anfang in Waffen. Ich meinte auch die ganze Zeit zum Chat, oh mein Gott, so ne geile Runde. Ich hab fast alle Aufgaben schon durch. Und meine letzten drei Aufgaben waren halt in Electric, hab ich da fleißig gemacht. Und ja, ich weiß nicht, ob Loki neben mir war, ich kann's nicht bestätigen. Aber wenn er mich da gesehen hat, das stimmt auf jeden Fall. Ich hab eine Aufgabe erledigt, ich bin echt stolz auf mich. Und dann bin ich runtergelaufen, hab die Leiche gefunden. Da ich nicht wusste, wie ich die Leiche melde, hab ich einfach die Aufgabe weitergemacht. Wo hast du die Leiche gesehen? Da, wo ich war, äh, unten irgendwo. Okay, warte, wir überspringen, ja. Und die Einzige, wo mir da über den Weg gelaufen ist, wo mir dann auch hinterher gelaufen ist, war... Ah, die ist jetzt aber auch tot. Ah, okay, ja gut, dann hat's gelesen. Was ist hier? Nicht dumm. Oh! Das war... ja, scheiße, Mann. Okay, ja, schick, guck mal. Flo. Wer hat das im Unter-O2-Meeting gemacht? Weiß-blau? Loki. Der stand, äh, ist wie Stings, ähm, Autoren gegangen. Und der stand einfach die ganze Zeit oben bei Weapons. Da bin ich zur Admin gegangen. Ja, hab die Aufhabe gemacht. Ja, aber wir werden fast gestorben. Ich hab da das Ding gereinigt und hab ein Download gemacht. Den Lust, ich hab das Spiel erst mal wieder. Aber ich hab die Blätter, oder ich hab das Ding jetzt reinigt da drinnen. Ist ja, du bist... Das war einfach übelst los von dir, oder... Du hast schlecht gespielt. So, wir folgen mit Floor. Ich hab den Mad Bay gemacht, wo man gescannt wird, und das kann man nicht faken. Das sieht man als Scrimmelt. Heiko ist safe. Dann wollte er zur Elektrik gehen und wollte da, äh, hier die komischen Balken nach oben bringen. Entweder stimmt es, dass er Heiko safe kann, oder er treibt halt der perverse Spiel mit uns. Das könnte halt auch sein. Ich würd sagen, mir wähle einfach der Loki raus, weil ich einfach Schaufsburg hab. Nee, Frau. Warum denn mich? Ahla war ein Verräter. Ja, Flo hat ja mich auch getötet wie so ein Lamm. Er hat ja mich geschlachtet. Wir gehen jetzt rein. Ja, ich hab geprotzt und ich weiß, dass es Loki war. Der hat vor meinen Augen gekriegt. Wir müssen uns halt jetzt sicher sein, dass das kein Formwandler war, ne? Dass der Killer vielleicht einfach Loki's Skin angenommen hat. Aber ich glaub nicht. Was hat Loki gesagt? Ich hab mich da grad gemutet. Nee, guck gerade. Ich war in Navi-Loki. Ja, Loki. Ich bin ihm erst extra hinterhergerannt. Entweder es war der Klon von Loki oder es war Loki. Ich hab auch den Namen gesehen. Sollen wir testweise Loki machen? Ja, bei Loki. Für den Fall, dass es kein Formwandler war. Ja, er glaubt, er war in Waffen. Das sieht man doch auf der Map. Nee, nee, ich seh's. Genau, wo du stehst. Nee, jetzt steh ich bei Admin. Also warst du nicht in Waffen ohne Admin? Also Loki, sagst du nicht zur Verteidigung. Ich hab gesagt, ich war Navigation. Die, was waren das für eine Aufgabe? Wenn jemand sagt, dass du ihn umgebracht hast vor den Augen, dann sagt man doch was. Was soll ich das sagen? Wo war die Leiche? Die Leiche war zwischen Navigation und Otto in dem Gang. Ja, Navigation, dann bin ich Richtung Schild. Ja, wir wollten Loki. Wenn ich jemanden sehe, wie man die... Wieso? Ich? Okay, Selina verteidigt hier grad richtig unnötig Loki. Ich hab... Okay, dankeschön. Das ist Loki. Das ist Horriban. Was macht Mark hier? Ich sag grad, geht der grad vor meinen Augen in den Vent. Wir machen echt wenige Aufgaben, Leute. Das ist auf jeden Fall natürlich ein bisschen traurig. Ich hab ein Lied in Eletrit. Oben recht. Eletrit. Eletrit, genau. Aber Amanda hat vorhin noch was gesagt hier wegen Selina. Die hat auch wie Loki ein Schatzchen haben oder so. Selina? Ja. Ja, es war zumindest sehr interessant, dass Selina sich gegen mich geschossen hat. Aber es war... Also ich glaub nicht, dass sie es ist, weil sonst hätte sie ja nicht gesagt, wenn Loki es nicht ist. Sonst hätte sie ja gewusst, dass Loki es ist. Ich wollt mal auch kurz was sagen. Und zwar, ich war halt in der Klinik mit Heiko. Er hat jetzt keine Task gemacht. Ich hab diese Task gemacht, wo man dann halt wieder gehen muss. Und dann macht sie sich von selber diese Task halt. Und er wollte sich, glaub ich, scannen. Aber das ging halt nicht. Und dann ist er zum Wend gegangen. Wahrscheinlich hat sein Instinkt gesagt, komm, wir wenden jetzt. Ach nein, jetzt ist ja Kayla hier. Jetzt können wir ja nicht wenden. Also sozusagen... Nee, ich hab da eine Aufgabe gemacht in der Klinik links am Schach. Also ich kann auf jeden Fall, glaub ich, Kayla verteidigen. Ich glaub, sie ist es nicht. Und ich glaub, Selina ist es nicht. Weil Kayla hat mit mir dann auch ganz schnell, als diese Sabotage war, die Aufgabe schnell gemacht und so. Und danach sind wir beide sogar an dieser Aufgabe im Reaktor stehen geblieben und haben die auch gemacht. Insgesamt noch mal kurz die Aufforderung. Wir müssen echt mehr Aufgaben machen. Mark theoretisch... Bei Mark bin ich einmal kurz stehen geblieben. Der stand da die ganze Zeit irgendwie in der Ecke. Meinte ich so auch zum Chat, was macht Mark hier? Der stand einfach nur da. Aber dann vielleicht hat er da eine Aufgabe gemacht. Mark hat auch reportet. Deswegen vielleicht ist es Kaylas Gefühl, Heiko. Selbst... Die Sache ist halt in Klinik gibt es doch nur diese zwei Aufgaben. Und zwar einmal dieses... Nein, ja, da hast du... Nee, du hast links, da hast du noch eine Aufgabe. Und hier hab ich gemacht. Der gibt's ja nur einmal dieses Scannen, wo du... Das Scannen und das... Wir müssen jetzt schnell machen. Akon, was sagst du, Akon? Wir machen Heiko. Komm ausprobieren. Ach... Scheiße, Mann. Ich hab gesagt, ich hab nur noch zwei Aufgaben gehabt. Snell, Leute. Oh mein Gott. Danke. Habe ich das jetzt fertig? Hat hier jemand reingewendet? Ja, wo sind die beiden hin? Kayla und Ark One sind die ganze Zeit zusammen. Ich glaube, Ark One ist es. Ark One will mich töten, glaube ich. Oh, okay, es ist Mark. Es ist Mark. Wie wir alle die ganze Zeit hier zusammenschauen. Und dann plötzlich entdecken, wen gibt es überhaupt noch? Wen gibt es noch? Und dann bleiben wir alle stehen, als Mark an uns vorbeiläuft. Ihr sollt doch nicht alle rumstehen. Ihr sollt doch mal eure Tasks machen. Ich hab alle fertig. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Ich hab auch alle fertig. Ich hab auch alle fertig. Das Ding ist, Ark One. Selina und Kayla und ich. Wir waren die ganze Zeit im Trupp zusammen. Okay, wartet. Okay, wartet. Jetzt merke ich gerade, okay, das könnte erklären, wieso niemand gestorben ist. Auf der anderen Seite, nee, das erklärt's auch nicht. Und irgendwie, ich hatte so das Gefühl, dass wir alle dann immer mehr so der Überzeugung waren. Wir sind's alle nicht. Aber hä, wer kann's dann sein? Und dann ist plötzlich Mark an uns vorbeigelaufen. Und jeder ist draufgekommen, stimmt, Mark ist ja noch da. Und deswegen, ich glaube... Mark habe ich schillig vergessen. Weil manchmal war's so, Ark One war dann raus aus dem Schneider. Dann hab ich schnell irgendwie gewartet, bis ihr die Sabotage mir helft. Und dann war's dann aber jedes Mal ein anderer. Also jedes Mal hat jemand anderes von euch geholfen. Sodass ich irgendwie dann irgendwann dachte, okay, niemand von uns ist es. Dann ist es vielleicht Mark. Irgendwie ansonsten... Ja, das stimmt schon. Wir hatten ja zwei Codes, was eigentlich... Genau. Also Mark war ja nicht bei uns. Einer hat einen Admining Code gemacht. Ja, stimmt. Und das kann niemand von uns dreien gewesen sein. Einer von uns dreien wie, wieso? Was meinst du? Also... Nein, weil Mark ja einen Admining Code gemacht hat. Ach so. Aber das Ding ist, auch als Imposter kann man doch theoretisch helfen. Also ich glaube, entweder ist es Ark One oder ist es Mark. Wieso ich jetzt? Wieso ich... Ja, oder Selina. Also Kayla ist es, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Was schließt du aus? Du weißt nicht, Mr. Mentor. Ich versteh nicht ganz, wieso du gerade so gegen Mark schießt. Hä? Weil wir vier die ganze Zeit zusammen waren. Das habe ich doch wohl ausführlich erklärt, wieso ich gegen Mark schieße. Ja, also ich bin's... Leute, ich schwöre es euch jetzt hier mit einmal hoch und heilig. Ich bin's nicht. Ich schwöre es euch hoch und heilig. Kann ich auch machen. Und das Ding ist, wieso geht jetzt Ark One auf mich? Nee, ich bin nicht auf dich gegangen. Ich habe nur gesagt, es macht dich ein bisschen sass, weil du auf einmal auf Mark gehst, obwohl keiner gestorben ist. Ja, Ark One, auf wen sollen wir sonst gehen, wenn wir vier die ganze Zeit sagen, Okay, wir sind's alle nicht. Wen voten wir? Wen voten wir? Ja, entweder Mark oder Ark. Ich weiß nicht. Mark oder Ark. Ich habe einen schönen Ort gekriegt. Scheiße, Mann. Ja, dann ist es Ark. Ich glaube, es ist Amanda, Leute. Wer hat das gesagt? Selina? Ich gehe zum Emergency. Nein, ich wusste es, ich wusste es. Ich habe es gesagt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Leute, ich schwöre. Selina, Selina. Vertrauen. Ich wollte zu Dings gehen und Kayla hat einfach Amanda getötet, vor meine Augen. Nein. Andersrum, andersrum. Andersrum. Wir müssen das gewinnen, Selina. Wir müssen das gewinnen, Selina. Selina, wir waren in Edmund, ne? Also ich, Ark One und Amanda. Wir wollten den Code eingeben. Aghwan hat es die ganze Zeit nicht gemacht. Aghwan hat dann vor meinen Augen Amanda getötet. Ich habe es falsch eingegeben. Wollte nochmal. Habe eingegeben. Laufhin hoch. Und dann Kayla tötet Amanda. Wirklich. Du musst mir jetzt vertrauen, Selina. Nein, nein, nein. Aber wieso sollte ich denn Amanda... Dankeschön, Selina. Dankeschön. Selina, das einzig Richtige. Und Selina, ich will hier nie wieder hören, dass ich es bin, wenn ich auf meine heilige Mutter schwöre. Ich habe... Wirklich, jetzt eine Sache. Wenn ich sage, ich schwöre es euch, dann schwöre ich es euch wirklich. Aghwan, du bist die größte Schlange. Ich gehe da hoch. Ich will die ganze Zeit Emergency Meeting machen. Kayla will auch Emergency Meeting machen. Und Aghwan tötet mich, dreht mir den Kopf um. Dreifach. Ich habe gesagt, es ist arg. Ich habe gesagt sogar, es ist arg.